Hallo meine Lieben, ich freue mich verkünden zu dürfen, dass ich auch dieses Jahr wieder ein Klugscheißer Adventskalender gemacht habe und ja, ich bin hier gerade mitten im Siebengebirge, da hinten, da, ach spiegelverkehrt ist das immer so schwer, da seht ihr den Turm von Schloss Drachenburg, da gehe ich gleich hin, aber ja, wie gesagt, ich tue es wieder, weil ich wurde dann doch noch ein paar Mal gefragt, ob ich diesen Adventskalender dieses Jahr wieder machen würde, weil doch einigen hat es wohl gefallen und haben gesagt, ja mach, mach, mach und nun habe ich Urlaub, dann habe ich mir überlegt, was mache ich im Urlaub und dann ist mir irgendwie so aufgegangen, hey, du wohnst hier in dem wunderschönen Siebengebirge und du hast bis auf den Drachenfels und den Petersberg bisher kaum etwas davon gesehen und dann habe ich gedacht, ich mache in meinem Urlaub mal so eine Heimat-Tour und dann habe ich mir gedacht, viel habe ich gedacht, ja und dann, wie gesagt, habe ich mir überlegt, dass ich dann zu einigen Dingen ein paar Sachen recherchiere und während ich mir das Ganze dann anschaue, auch für euch ein paar Videos aufzunehmen und das habe ich getan. Wie gesagt, ich bin hier ein bisschen unterwegs, am Wandern, ich habe schon einiges abgeklappert und auch schon einiges aufgenommen für euch und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Ja, das nur zur Vorab-Erklärung und ich freue mich wirklich sehr, dass es anscheinend dann letztes Jahr doch einigen Menschen gefallen hat und nun wünsche ich euch viel Spaß. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!